Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüezi miteinander. Mittwoch, der 21.12.2016. Es ist garantiert nach 4 Uhr, wenn ihr das hört. Und wir haben noch drei Nächte zu schlafen bis Weihnachten. Um ganz genau zu sein, Tüpfle schiisse, vier Nächte. Drei Nächte ist Heiligabend, vier Nächte ist nachher dann Weihnachten. Heute mit im Gepäck habe ich euch Apple und Next. Ich habe ein bisschen was von YouTube. Tim Cook hat sich zu Wort gemeldet. Die Xbox One sowie Instagram haben ein Update bekommen. Das Pixel hat andere Probleme. Die tiefroten Zahlen von Uber. Mein Gott, diese Schlagwörter immer. Waymo, wenn ihr das noch nicht kennt, spätestens nach der Folge wisst ihr, was ist. Ansonsten behaltet es im Auge. Und die Weihnachtsgeschenke. Heute vor 20 Jahren. Ein geschichtsträchtiger Tag, wenn man das aus Sicht der Computer, der Smartphones, Tablets und was auch immer nennen möchte. Denn genau vor 20 Jahren heute hat Apple Next, die Firma, die Steve Jobs nach Apple aufgebaut hat, eingekauft. Und somit den Steve wieder zurückgeholt, der dann die zum einen Apple Newton eingestampft hat und die tollen, coolen, farbigen Bubbles iMac auf den Markt brachte. Ja, und dann ging es los. iPod, iPhone, iPad und so weiter. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie keine zweite gibt auf diesem Planeten. Was war euer erster Mac? Vielleicht mal in die Kommentare. Twitter, Facebook, wo auch immer ihr mögt. Bin gespannt. Meiner war ein Classic 2. Nee, SE. Vorher. Also ganz, ganz früh mit dabei. Der zweite Rechner im Dorf war das übrigens. Aber ja, ich schweife ab. Wir gehen über zu den nächsten Themen. Und das nächste Thema ist YouTube. Bei YouTube ist aktuell Krawall angesagt, sprich die Welt geht unter. Die grossen YouTuber, egal ob Deutsche, egal ob Schweizer, Österreicher, weiss ich jetzt nicht, habe ich keinen auf dem Schirm. Aber auch die Amerikaner, alle jammern sie und sind traurig. Denn solche Raten von 63% auf 8,8% wie bei der Kelly Mrs. Vlog, sprich die Recommendation. Diese Videos, die ihr nach dem Video, was ihr anschaut oder neben dem Video, was ihr anschaut, vorgeschlagen bekommen, so stark gehen die Zahlen retour. Das schlägt sich natürlich dann auch auf die View-Zahlen aus. Und schlussendlich nicht zuletzt natürlich dann auch auf den Batzengeld, was YouTube auswirft. Ziemlich, ziemlich unschön. Da hat wohl wahrscheinlich irgendein Praktikant bei Google drüben was geschraubt. Und ein bisschen Apple haben wir noch. Der Tim Cook, Apple-Chef, hat gesagt in einem weiteren Interview, nachdem er sich schon zum Trump-Treffen da gemeldet hat, dass grossartige Mac-Desktop-Rechner in Arbeit seien. Ja, solche Sprüche kennt man immer wieder. Man muss die Fans warm behalten. MacBook habe ich letztes Jahr neu gekauft, konnte nicht bis dieses Jahr warten. Mac Mini ist auch noch vom vorletzten Jahr. Ich brauche aktuell nichts Neues, aber ich kenne einige, die da gerne was Neues haben, täten. Ich hoffe ganz stark, dass im nächsten Jahr relativ früh schon neue Rechner in der Richtung kommen, sprich aus der Desktop-Schiene. Und natürlich vielleicht auch das eine oder andere Update im mobilen Bereich, weil das war ja relativ klein, das Update. Obwohl es ein cooles, weil ich will auch so eine Touch-ID auf dem MacBook. Aber das ist eine andere Geschichte. Ein Update hat erfahren und da kann der Achim und der Jan gleich ihre Xbox One anschmeissen. Die Xbox One nämlich, die hat ein grösseres oder ein gröberes Update bekommen. Vor allem in Sachen Download-Geschwindigkeit will sich da einiges getan haben. Bis zu 80% schneller soll das Teil Daten aus dem Internet saugen. Macht natürlich dann Sinn, wenn ihr wieder mal ein Spiel euch kauft, reinschiebt und dann zuerst mal irgendwie 10, 12 oder 2, 3 GB Datenupdate runterladen müsst. Sollte in Zukunft schneller sein. Da bin ich auf die nächste Spiele-Folge im geektalk.ca-Podcast gespannt, was mir da der Jan zu erzählen war. Auf meine weisse Slim warte ich ja immer noch. Auch ein grosses Update gab es drüben bei Instagram. Nicht da, wo ich zu Hause bin, also wo man Bilder macht, die hochstellt, Bilder liked und solche Geschichten, sondern bei Instagram Stories, also dem Achim-Konkurrenten von Achims geliebten Snapchat, so rum wollte ich sagen. Da gibt es einiges mehr an Filtermöglichkeiten, Stickers und so weiter. Vor allem auf iOS bei Android war das Update weniger gross ausgefallen. Da hoffe ich doch stark für die Androiden-Nutzer, dass da nächstens auch noch was nachkommt. Weil so zusätzliches Zeugs ist sicherlich nicht schlecht. Ja, beim Google Pixel gibt es Audioprobleme. Das wäre jetzt ein Kalauer gewesen, wenn es da Pixel-Probleme gegeben hätte. Es soll anscheinend einige Pixels geben, die ein knatternd Knirschen und so weiter haben. Google soll relativ kulant sein beim Austauschen. Das kennt man nicht von vielen Herstellern. Somit, wenn ihr dazu gehört und euer Ding knirscht oder knarkst oder was auch immer, geht mal bei Google vorbei. Oder sprich beim Händler, wo ihr es gekauft habt, logischerweise. Ja, tiefrote Zahlen. Wir hatten es vor nicht mal allzu langer Zeit im Geek Talk, dass sich Uber aus dem asiatischen Markt, genauer gesagt aus dem chinesischen Markt, zurückgezogen hat bei einem Auto oder bei einem Hersteller oder beim Dienstanbieter. Dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiss, der aber so schief war, dass ich mir eh nicht hätte merken können. Da haben sie anscheinend jährlich über eine Milliarde in Sand gesetzt. Allzu genau kennt man die Zahlen nicht. Da Uber noch nicht börsennotiert ist, müssen sie die Zahlen auch noch nicht so rausgeben, wie das börsennotierte Unternehmen sind. Aber Insider und Leute, die sich da anscheinend ein bisschen auskennen wollen, wissen, dass Uber im aktuellen Quartal 800 Millionen Dollar Verlust eingefahren hat. Da hoffe ich doch, kommt bald wieder mal ein bisschen Geld rein. Ich freue mich auf jeden Fall schon das nächste Mal, wenn ich wieder in Zürich bin und mein Uber packen kann. Ja, Waymo, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber den Namen solltet ihr euch vielleicht merken. Denn Google, oder eben besser gesagt nicht Google, sondern Alphabet, das grosse Überdrüber über Google, hat eine neue Firma ausgegliedert. Deren Ziel ja ist, das ganze ABC mit Firmen vollzustopfen. Waymo ist die Ausgliederung der autonomen Fahrzeuge, also der Autos, die alleine fahren können. Und da ist man schon seit Längerem, weiss man, dass sie unter anderem mit Fiat Chrysler zusammenarbeiten. Neu jetzt auch mit eben Chrysler. Ja, doppelt gemoppelt hält besser. Auf jeden Fall, Waymo, merkt euch den Namen, aus der Ecke gibt es sicherlich einiges zu berichten. Denn das Ziel von Waymo ist es, so schnell wie möglich die autonomen Geräte, also Fahrzeuge, auf den normalen Strassenverkehr zu bringen. Anfangs 2017 soll es in Amerika schon soweit sein mit ersten Flotten, die sie dann da vorantreiben. Ja, liebe Leute, wie einleitend gesagt, drei respektive vier Tage bis Weihnachten. Weihnachtsgeschenke, ich habe es gestern schon gesagt, ich glaube auch, ich wiederhole das jeden Tag nur so oft, bis ich meine endlich auch getätigt habe. Zumindest bei Apple gibt es jetzt noch ein zusätzliches Feature, man kann nicht nur iPhones kostenlos am nächsten Tag sich liefern lassen. Bis Weihnachten geht das auch mit dem kompletten Sortiment. Ich denke, da wird der eine oder andere Anbieter sicherlich auch noch ziemlich schnell nachhaken. Und es gibt ja auch das ein oder andere witzige Gadget oder sonstige lustige Geschenkidee, die man seinen Lieben auf den Weg mitgeben könnte an diesen besagten Weihnachten. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Reinhören. Ich freue mich, wenn ihr uns morgen wieder begleitet und ja, freue mich auf euer Feedback. Einen wunderschönen und erfolgreichen Tag wünscht euch euer Pogipsi. Tschüss! Hört mehr Geek Talk! Hört mehr Geek Talk!